Ein herzliches Willkommen bei Spore. Wir versuchen jetzt uns eine Welt auszusuchen und unsere eigene Kreation zu erschaffen. Live, das heißt ihr könnt mithelfen. Für die, die es jetzt auf YouTube sehen, hi! Abonniert mich. Liebt mich. Ich muss sagen, dass ich dieses Feature gerade zum allerersten Mal finde, ja? Boah, geil. Folgt mir. Abonniert mich. Seid ein Teil. Boah. Schön. Ah. Erstmal, erstmal hinreihern. So. Nicht jetzt das? Was für ein Thema. Alter. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt geht's. Eieieieiei. Was war denn das für ein Pixel? Hier unten haben wir unsere Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte, die kannst du in neue Teile investieren, um deine Zähle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Guck mal, hier sind wir. Wir müssen Nom-Noms machen. Nom. Nom. Wir sind etwas größer geworden. Halt. Komm her. Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom. Ah, nein. Geh weg. Pieks mich nicht. Geh weg. Guck her. Guck her. Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom. Mm-Nah. Andere Zellen und Meteor-Splitter sind der Schlüssel zu neuen Teilen. Jedes Teil hat besondere Fähigkeiten. Yay. Yay. Come to me. Prüo. Aber wir sammeln erst mal noch, bevor wir hier irgendwas... Plup. die die okay 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 hätte er klappen können come here so ich krieg dich wir rufen jetzt aber eine partnerin guck mal ob wir irgendwie eine haben nebenbei essen guck mal hier liebe so zu dem eigentlichen teil du kannst den modus in jedem designer mit einem klick auf dem modus button ändern bevor du zum gezeiten tippe zurückkehrt kannst du das ganze im malen modus farblich ein bisschen aufpeppen so für diejenigen die sporn nicht kennen spores ein kreaturen simulator in dem wir jetzt unsere eigene kreatur zusammen packen können hier oben haben wir eine komplexitätsanzeige wenn die voll ist können wir nichts mehr hinzufügen dann ist unsere kreatur am größten dementsprechend müssen wir da ein bisschen darauf achten wie wir sims time tatsächlich ist es sport von den machen von sims genau dementsprechend knopf auge starb auge perlen auge ich glaube die knopfaugen diese starb augen sind auch irgendwie könnten wir auch machen dann auch lustig könnte noch ein stachel hinpacken kommen wir machen noch ein stachel wir haben ein bisschen geld also hier unten seht ihr dna punkte und die sachen kosten auch immer noch sieht dass wir gehen zu den farben über also ab und zu gibt es ein paar bildfehler sehe ich die eigentlich nicht also ich sehe die hier nicht ich sehe die nur weil ihr die auf obs seht da sind bestimmt capture probleme drinnen macht nichts so und zwar können wir jetzt farblich uns was auswählen wir nehmen das und wir können unsere spezies natürlich auch benennen wie sollen wir denn unsere unser tierchen erst mal benennen haben die farben muster auch einen effekt nein die sind tatsächlich nur kosmetisch mal kless to papa rollt lunze mir hey und und die oder beker hännersee kann ich echt nicht doch schnab gurken so er hat sich geil dann perfekt Also ihr habt manchmal echt ein paar krasse Bildfehler. Komm her! Ich kill dich. Oh, Bader ist der schnell. Kommt. Ja. Oh. Was wolltest du gerade? Wolltest du mich essen? So, wir müssen jetzt ein bisschen durch die Gegend, weil hier oben steht jetzt Zellen freischalten. Jage Alphazellen oder brich Meteoritenreste auf. So. So. Das heißt, wir gucken jetzt uns ein bisschen um. Boah. So schnell. Mal, da schwimmt ein Riesenauge. Alter. Alter, ist das Ding im Hintergrund hässlich. Was ist das denn? So. Wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Fressen nebenbei. Unsere Augen, wie sie durch die Gegend wappeln. Halt, da war was. Da war was. Da war was. Zurück. Ich werde runter. Schwimm. 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 Alle tun sich selber weh. Das war eine der perfektesten Ideen, die wir da gemacht haben. Ich hab jetzt ein Safe. Ei, ei, ei. Komm her, komm her. Ach so. Wir haben eine Düse bekommen, Leute. Ich kann Gift spucken. Da war nichts drin. Der will unsere Partnerin angreifen, hier. Der will unsere Partnerin angreifen. Ich hab's gesagt. Können wir uns selber fressen? Das wäre auch lustig. Das geht aber, glaub ich, nicht. Wir können ein paar Sachen verbessern, kaufen. Dann machen wir das doch gerade mal.